Naja, ich nehme jetzt hier hinten irgendwo eigenes Ziel und versuche mal da hinzukommen, ganz ganz außenrum. So, ich möchte meinen Tube am besten ein bisschen aufbewahren. Das ist die Frage, ich muss echt hoch fliegen oder mehr am Rand? Beides. Immer an der Wand lang. Verlasse diesen Abschnitt. Ja, war zu weit an der Wand lang. Sichtkontakt zu feindlichem Kampflugzeug. Das ist mir geil. Cool. Häpp. So. Möchtest du nicht reparieren. Übernehmen. Häpp. Übernehmen. Schade Schade, schade Er hat die Sache echt ernst genommen Ich hab's versucht Wir versuchen das nochmal Über außen Geht so Schaffst du das, ne das schafft er nicht Irgendwo ging es hoch Ich auch Feindliche Max-Einheit identifiziert Schnell ich steck daneben Feindliche Gäste Feindliche Gäste Feindliche Max-Einheit Schnell ich steckere Schnell ich steckere Schnell ich steckere Nau in der Fels muss ich nicht runtergehen. Weg ist er beim Max. Weg damit! Feindlichen Sammler gesichtet! Ja, wie kommst du da hin? Feindlicher Ingenieur im Einsatzgebiet! Aber da nicht hin. Muss ein bisschen wechseln. Feindliches Kampfflugzeug identifiziert. Gegnerische Luft-Einheit! Der Sandler weg! Feindlichen Sandler gesichtet! Falsch geh ich nicht durch den ich treffe! Feindlicher Ingenieur im Einsatzgebiet! Wir haben ein feindlicher Anikäter gesehen! Panzer! Kontakt zu schwerer Panzer-Einheit! Und von Panzer entdeckt! Der Feind hat schwere Panzer-Einheiten in diesem Gebiet! Der Feind hat schwere Panzer-Einheiten in diesem Gebiet! Da hab ich Batterien! Warnoblick lächelnd auf mich herab! Ich stehe in deiner Schuld! Sichtkontakt zu feindlichem Kampfflugzeug! fliegt der Herr der Feindliche-Panzer gesichtet! So! Kommt noch Flieger! nächstes weg. Kommt immer mehr. Ich bleib hier hocken. Oh, es war mit dem Splat. Müssen wir grad gucken, wie die Teams aussehen. Fällt mir grade auf. Ja, ist noch nicht voll. Ja, hier müssen wir noch welche rüberschieben. Hepp und hepp. So, ausprobieren. Nicht kontakt zu schwerer Panzereinheit des Feindes. Feindliche Panzer entdeckt. Nicht kontakt zu feindlichen Panzer gesichtet. Oh, mein Freund. Nicht kontakt zu schwerer Panzereinheit des Feindes. Nicht kontakt zu schwerer Panzereinheit des Feindes. Nicht kontakt zu schwerer Panzereinheit des Feindes. Ich glaube, ich bin nicht gerade. Super, oder? Wenn ich hier stehe, kann ich ihn hin. Da oben drauf passt es. Also, was für'n Scheiß. Soll ich ihn schattieren? Gehen. Feindliche Panzer gesichtet. Feindliche Panzer gesichtet. Ist er weg? Feindliche Flugzeugwaffe. Feindliche Panzer gesichtet. Feindliche Panzer gesichtet. Weg damit. Wo ist der Panzer? Wo ist der Panzer? Boom. Feindliche Panzer entdeckt. Komm schon. Hab ihn. So. Ist da ein Sandara gesichtet. Schau. Ich hab ihn an wenn's. Das international ja in diesem Moment. Gehen wir ein bisschen raus, da sind wir eine... KRV bemerро. Angereilt ist kein Modell. Wenn wir in Last во LTung aber... ob es beim einen verrückten Heim poorff so ein bisschen weiter sagen. Komm schon, kann nicht wahr sein, die fremdsteh'n nicht, BAM! Nein noch, denn ist Schluss. Wieso brennst du denn? Das kriegen wir auch noch. Feuer, Feuer aus allen Rohren. So lange. Da geht's ja nicht gut, sehr gut. Was ist denn da hinten? BUM! 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 Ah, hat geruckert, was ihr sehn. Der leckt durch die Gegend. Wo ist feindlicher Sandra? Seh ich nicht.